Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Präsentation Alle Räder stehen still – Macht im Kontext von Arbeit und Hierarchie. Mein Name ist Roland Schuster und ich halte diese Präsentation im Rahmen der Online-Fachtagung Strukturwandel – Wo bleibt der Kulturwandel? Betriebe im Spannungsfeld von Hierarchie und Mitbestimmung. Was ist nun Macht pragmatisch? Recht gilt nur bei Gleichheit der Kräfte. Das heißt, in dem Moment, wo es eine Ungleichheit gibt, wo es einen Mächtigeren gibt, dann wird auf Seiten des Mächtigeren versucht, das Mögliche durchzusetzen. Die Folgerung daraus ist, dass ein Gleichgewicht der Kräfte die Bedingung für die Möglichkeit von Aushandeln von Interessensgegensätzen ist. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass jedes Ungleichgewicht der Kräfte die Möglichkeit des Aushandels von Interessensgegensätzen stört. Wenn ich jetzt von sehr großer Entfernung die Situation betrachte und mir zweckorientierte Unternehmungen ansehe, dann haben die einen bestimmten Zweck, wie der Name schon sagt. Diese Unternehmungen sind dann zum Beispiel durch Materialfluss, Geldfluss, allgemein kann man sagen, durch In- und Output definierbar. Sie instrumentalisieren Maschinen und menschliche Arbeitskraft. Und das ist das Wesentliche. Es ist in zweckorientierten Unternehmungen eine auf die Rolle reduzierte Betrachtung des Menschen gegeben. Das heißt, es wird nicht der Mensch in seiner Gesamtheit gesehen, sondern lediglich auf die Rolle, die ja funktional definiert ist, bezogen. Und klarerweise will man in solchen Unternehmungen beherrschte Prozesse mit klaren und schnellen Entscheidungen. Grundsätzlich sind die Personen eben betroffen, die jetzt eine Rolle in so einer Unternehmung innehaben, also in der jeweiligen Situation im Unternehmen, mittelbar auch die Gesellschaft. Und das führt uns zur Betrachtung der demokratischen Gesellschaft. Diese hat ein Dasein, zielt auf möglichst große Zufriedenheit aller Menschen ab. Also man sieht, das ist schon viel größere Betrachtungsweise, wesentlich weniger Reduktion. Zweckorientierte Unternehmungen sind ein Teil der Gesellschaft. Grundsätzliches Problem demokratischer Gesellschaften ist das Organisieren von menschlichem Miteinander. Das führt uns zu dem demokratischen Gleichgewicht im Großen, hier idealisiert betrachtet. Auf der einen Seite haben wir also auf einzelne Zwecke orientierte, top-down organisierte Unternehmungen, die dann ausgeglichen werden durch einen demokratischen Bottom-up-Prozess. Das ist also sozusagen eine ganz grobe Betrachtung. Im Kleinen kann man sich dann anschauen, wie man Gruppe und Hierarchie kombiniert. Erste Ideen dazu sind also aufgetaucht, so um die 1960er Jahre, Anfang der 1960er Jahre. Rensis Lickert, ein empirischer Sozialforscher, hat das sogenannte Linking-Pin-Modell entworfen. Mittels Gruppen kann man jetzt also von steiler zur flachen Hierarchie gelangen. Steiler Hierarchie hat Befehl und Gehorsam als Kommunikationsmodus. Der bzw. die Vorgesetzte entscheidet alles. Im Gegensatz dazu wäre flache Hierarchie eine Kombination aus Hierarchie und Gruppe. Verhandlung ist dort Kommunikationsmodus. Das heißt, Entscheidungen sind jetzt eine Mischung aus Gruppen und Vorgesetztenentscheidungen. Wobei die Gruppe die Abteilung wäre, also die Mitarbeiterinnen aus der Abteilung wären, die jetzt einerseits den Vorgesetzten haben, aber gleichzeitig der auch Teil dieser Gruppe der Abteilung ist. Was sind jetzt Unterschiede zwischen Hierarchie und Gruppe? Naja, kennzeichnend für eine hierarchische Struktur ist einmal die Kommunikation mittels Einzelgesprächen. Das ist also eine enorme Reduktion von Komplexität. Der Vorgesetzte spricht mit seinen Mitarbeiterinnen, lässt sich berichten, entscheidet. In der Hierarchie sind Konflikte durch Über- und Unterordnung gelöst. Also allgemein, der Vorgesetzte hat immer Recht und zwar deswegen, weil er eben bei Konflikten auch zwischen zwei Untergebenen entscheiden kann. Das Kennzeichen von Gruppen, also ich gehe hier von einer Gruppengröße von drei bis zwölf Personen aus, ist einmal die direkte Kommunikation aller mit allen. Das heißt also, innerhalb einer Gruppe tritt viel mehr von der Persönlichkeit eines Menschen hervor, als das innerhalb von strikten Hierarchien der Fall ist. Gruppen müssen auch Konflikte austragen, weil bei Gruppen, wenn alle Menschen, die sich in einer Gruppe befinden, gleichberechtigt sind, kann keiner sagen, ich entscheide das so und so, sondern es muss so lange miteinander verhandelt werden, bis der Konflikt im besten Fall gelöst ist oder bis halt eine Lösung dafür gefunden wurde, wie man damit umgeht. In hierarchischen Strukturen werden Rollen durch Personen besetzt. Also das heißt, die Rollenstruktur bleibt erhalten und Personen kann man austauschen. Bei Gruppen werden individuelle Potenziale erschlossen, eben durch Kommunikation, weil man sich halt tiefgreifender miteinander auseinandersetzt. Man entdeckt also wesentlich mehr persönliche Potenziale, als man das in der hierarchischen Struktur tut. Und die Gruppe verändert sich fundamental, wenn Personen ausgetauscht werden. Wie kommt man jetzt mittels einer Gruppe von einer steilen, zu einer flachen Hierarchie? Linking-Pin-Modell von Lickert hier noch einmal dargestellt. Die Abteilungen können also jetzt aus einer Kombination von Hierarchie und Gruppe geführt werden. Das erfordert jedoch Raum für Gruppendiskussionen, also Zeitraum, neben den Räumlichkeiten, die man braucht, damit halt alle sich gemeinsam hinsetzen und miteinander diskutieren können. Dadurch wird die Komplexität erhöht, jedoch der Nachteil ist, Entscheidungen werden verzögert, brauchen länger. Die Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Ausrichtung der gesamten Organisation und ein entsprechendes Machtgleichgewicht zwischen Mitarbeiterinnen und dem bzw. der Vorgesetzten der Abteilung. Und das kann also nur an sich gegeben sein. Wenn das inselhaft passiert in einer Organisation, ist das eher vernachlässigbar, weil es nicht die Gesamtsituation der Organisation zum Ausdruck bringt. Was haben wir jetzt für Herausforderungen bei flachen Hierarchien? Naja, auf der einen Seite das Top-Down-Prinzip, das heißt also Vorgesetzte müssen Interessen der Unternehmensleitung umsetzen, untergebene Berichten an die Vorgesetzten und die Vorgesetzten treffen aufgrund der Berichte Entscheidungen. Und dem gegenüber steht jetzt, dass Vorgesetzte bei Bottom-up-Strukturen an Gruppendiskussionen teilnehmen müssen und dann auch die Interessen der Gruppe, die in diesen Diskussionen eben dann zum Vorschein kommen, als Delegierte gegenüber der nächsten Hierarchieebene oder auch gegenüber der Unternehmensleitung vertreten müssen. Und da sieht man schon den Widerspruch. Einerseits als Vorgesetzter eben diese hierarchische Führung und das Umsetzen der Interessen der Unternehmensleitung und andererseits Vorgesetzter als Delegierte ihrer Gruppe, also das wäre dann die Abteilung für einen Abteilungsleiter, der dann als Delegierte nach oben hin die Gruppeninteressen vertreten muss. Und das ist ein Widerspruch, symbolisiert hier durch den Blitz, der ist gar nicht so einfach zu verwirklichen. Was sind da konkrete Herausforderungen? Naja, die Untergebenen müssen auch mitdiskutieren bei den Gruppendiskussionen, sonst funktioniert es nicht. Und damit wird die Rolle der Untergebenen komplexer. Und es ist mit Machtzuwachs umzugehen, währenddem auf Seiten der Vorgesetzten auch die Rolle komplexer wird. Ebenso sind Teilnahmen an Gruppendiskussionen erforderlich und das Auftreten als Delegierter. Zusätzlich hat es damit zu tun, dass eine Machtverringerung passiert. Das heißt also, für diese Menschen ist der Umgang mit Machtverringerung die Herausforderung. Wenn wir noch kurz auf die Delegation fokussieren, dann ist es bei Betrachtung einer Gruppe, die jetzt Sachen ausverhandelt, also hier drei Personen, A, B und C, dann ist es transparent. Das heißt, C sieht jederzeit, was A zu B sagt und hört, was A zu B sagt. Und dasselbe gilt natürlich auch für A, wenn jetzt ein Gespräch zwischen B und C stattfindet und für B, wenn ein Gespräch zwischen A und C stattfindet. In dem Moment, wo diese Gespräche jetzt nicht mehr im selben Raum stattfinden, gibt es die Möglichkeit der direkten Beobachtung nicht mehr. Der Peter Heintl hat so definiert, wann der Bereich des Politischen beginnt. Das Politische ist also jener Bereich, in dem direkte Kommunikation nicht mehr möglich ist. Und damit kann auch nicht mehr direkt beobachtet werden, was besprochen wird. Und das hat dann einen großen Einfluss auf Vertrauen und Fantasien, was da wohl besprochen wird und ob eh das besprochen wird, was man vereinbart hat und so weiter. Delegierte haben da ein ganz besonderes Problem mit doppelter Zugehörigkeit und Loyalität. Einerseits ist es die Zugehörigkeit zu der Gruppe, von der sie delegiert werden. Das wäre also dann der Abteilungsleiter, der mit den Mitarbeiterinnen seiner Abteilung in einer Gruppe ist. Und dann gibt es die Zugehörigkeit zur Gruppe der Delegierten. Das wäre im Fall des Abteilungsleiters, der Abteilungsleiterin, die Gruppe der Abteilungsleiterinnen. Also auch dort gibt es eine Zugehörigkeit, eine Doppelzugehörigkeit. Und dasselbe gilt also für die Vertrauenswürdigkeit, nicht Loyalität gegenüber der Gruppe, wo man herstammt. Loyalität gegenüber der Gruppe, in die man versandt ist. Das heißt, diese Doppelzugehörigkeiten sind eine große Herausforderung in sozialen Systemen. Also das hat viel mit Vertrauen zu tun und mit dem, wie jetzt auch damit umgegangen wird. Zur Veranschaulichung ein Comic. Wir sehen also eine gelungene Delegiertensitzung. Wir sehen hier zwei Parteien, also im Bild ganz oben, eine weiße und eine schwarze Partei. Beide entsenden einen Delegierten. Beide Delegierten verhandeln in der Delegiertensitzung. Und man sieht also, dass sich deren Einfärbung gleichmäßig verändert. Bei der Rückkehr der Delegierten gibt es nicht nur Freude in den angestammten Gruppen, sondern durchaus auch so ein bisschen eine Unzufriedenheit, also dargestellt durch den Gesichtsausdruck der Gruppe, die jetzt diesen Delegierten empfängt nach der Delegiertensitzung. Man kann aber hier von einer gelungenen Sitzung ausgehen, da beide Delegierten zumindest teilweise Interessen ihrer Gruppen durchgesetzt haben. Und man kann sozusagen davon ausgehen, dass die Umsetzung der Interessen, die jetzt jeweils von der gegenüberliegenden Gruppe her stammen, ganz gut gelingen kann, weil ja ein Ausgleich von Geben und Nehmen da war. Im Gegensatz dazu ist also in diesem Bild eine misslungene Delegiertensitzung dargestellt. Man sieht also wieder dieselbe Ausgangssituation. Es gibt wieder eine Verhandlung der Delegierten. Nur hier wird plötzlich der eine Delegierte, der vorher weiß war, völlig eingeschwärzt. Das heißt, er übernimmt sämtliche Interessen der schwarzen Gruppierung, des Delegierten der schwarzen Gruppierung und verliert sämtliche Interessen seiner eigenen Gruppe. Das macht sich dann sehr stark bemerkbar bei der Rückkehr in die eigene Gruppe. Die Leute der eigenen Gruppe, also in dem Fall der weißen Gruppe, sind sehr, sehr erzürnt, dass keine der von ihnen ausgehandelten Interessen durchgesetzt wurden. Umgekehrt freut sich die schwarze Gruppe, weil sämtliche Interessen der schwarzen Gruppe durchgesetzt wurden. Das Problem insgesamt dabei ist, dass die Freude auch bei den schwarzen illusorisch ist, denn es muss davon ausgegangen werden, dass jetzt der weiße Delegierte oder der ehemals weiße Delegierte die Interessen, die er dem schwarzen Delegierten zugesagt hat, nicht umsetzen kann in der Gruppe, von der er gesandt wurde. Es ist einfach zu viel, er hat zu viel nachgegeben. Die Gruppe findet sich nicht wieder in den Verhandlungsergebnissen. Also das heißt, es wird hier nicht getragen werden von der Gruppe. Das Fazit ist einmal, was die Macht betrifft, dass Kombination von Hierarchie und Mitbestimmung einen aktiven Machtwillen auf Seiten der Mitbestimmung erfordert. Wenn hierarchische Macht die Mitbestimmung erlaubt, ist es kein solides Fundament. Warum? Hierarchische Macht kann sich ändern, es können andere Personen in diesen Machtbereich kommen und dann können sie diese Erlaubnis zurückziehen und damit ist es kein solides Fundament. Es ist lediglich dann solide, wenn es eine ausverhandelte Machtposition beider Seiten gibt. Dann ist also Mitbestimmung in hierarchischen Strukturen mit dem Problem verbunden, dass Entscheidungsprozesse verlangsamt werden. Also steile Hierarchien entscheiden schneller als flache, flache entscheiden langsamer, aber jetzt kommt der Vorteil, die Entscheidungen sind komplexer und werden aufgrund der Partizipation auch besser getragen. Das Verhandeln im Gruppenmodus steht im starken Widerspruch zum Befehlgehorsam der Hierarchie. Das ist eine Herausforderung für alle Betroffenen. Die Möglichkeit von Verhandlung erfordert also jetzt die Erweiterung der Rolle der Untergebenen, aber auch die Erweiterung der Rolle der Vorgesetzten. Und zusätzlich kommt noch diese Problematik der Verhandlung der Delegation und die Rolle des Delegierten rein. Da ist also Vertrauen, das Problem, Loyalität, Verdichtung von Information. Grundsätzlich kann man sagen, der erforderliche Kulturwandel ist tiefgreifend und zwar auf allen Seiten. Was hat man jetzt bei der Umsetzung zu bedenken? Einerseits ist eine notwendige Bedingung die gesellschaftliche Voraussetzung Demokratie. Sonst kann dieses Machtgleichgewicht unmöglich gegeben sein. Dann ist es wichtig, Organisationsbewusstheit zu schaffen. Das kann man durch Üben in komplexen Laborsituationen. Da passiert dann das Lernen mittels der Reflexion der Erfahrungen in diesen Laborsituationen. Dann ist es wichtig, das Aushandeln des Verhältnisses von Top-Down zu Bottom-Up auch in der jeweiligen Praxis durchzuführen. Und das ist ein wirkliches Machtspiel. Das ist also sehr, sehr schwierig und geht nur dann auch prinzipiell, wenn die gesetzliche Situation so aufgebaut ist, dass das auch möglich ist für alle Beteiligten. Und die Schwierigkeit ist, dass also eine Veränderung von gewohntem Verhalten grundsätzlich mühsam ist. Das heißt, sowohl für Vorgesetzte ist es mühsam, plötzlich in einer Verhandlungs- und Diskussionssituation zu sein, als auch für Untergebene, weil auch die Untergebenen sind gewohnt, eben Anweisungen entgegenzunehmen und diese bestmöglich auszuführen. Wie geschieht die Umsetzung innerhalb der Tagung? Da gibt es jetzt einen Mini-Workshop, wo also die Aufgabenstellung und eine Reflexion zu flacher Hierarchie ausgeführt werden. Auf dieser Folie finden Sie Literatur und Hinweise zu anderen Quellen. Zu mir selbst, ich bin lehrend und forschend an der Fachhochschule des BFI Wien tätig und befasse mich dort mit Interventionswissenschaft, Gruppen- und Organisationsdynamik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.